ja mein neues buch kommt raus am 11 märz holt euch noch eins vom ersten batch nicht dass wieder nicht lieferbar ist hat sie schon schön hochgearbeitet in den charts und natürlich gibt es auch aber nur zwei lesungen im mai findet ihr auf ich hoffe ich pack mal drunter findet ihr sonst auf liebe chip auf der store seite so in den kursen mit drin gibt es da auch lesungen veranstaltungen ja heute haben wir das gute laune thema ja mein partner hängt viel auf social media rum und folgt irgendwelchen frauen ist ja auch immer sehr spaßig hallo christian vielen dank für die möglichkeit dich um eine einschätzung zu bitten nach langjährigen ehren haben mein partner in den 50ern und ich in den 40ern und zwar ein jahr gefunden wir stehen beide voll im leben und genießen die gemeinsame zeit ohne uns großartig gedanken über die zukunft zu machen mein partner hat einen optisch bevorzugten frauen typ dem ich nicht entspreche ja wieso naja muss man das so in vordergrund stellen ich weiß es nicht ich weiß nicht aber gut unabhängig davon gibt er mir das gefühl dass er mich sehr schätzt ihm die beziehung sehr wichtig ist und er gerne weiter mit mir zusammen sein möchte wir sind beide recht harmoniebedürftig und beherrschen es gut mögliche konflikte zunächst auszublenden ja das ist ja nicht immer gut also es gibt zu viel konflikt das gibt zu wenig konflikte also wenn konflikt da ist dann sollte man ihn auch führen auf jeden fall er ist sehr freundlich ausgeglichen hilfsbereit kommunikativ und hat aufgrund dessen auch ein großes netzwerk von dem er sehr geschätzt wird nun zu meinem anliegen in den sozialen medien folgt er auch immer wieder neuen frauen die seinem frauentyp entsprechen okay darunter auch damen die er nicht kennt und welchen die sich sehr freizügig zeigen ich bin mir auch sicher dass er kontakte zu ex freundinnen pflegt meine meinung hierzu kennt er ja also was soll man dazu sagen ich meine das ist natürlich die natur von social media gut ist ja auch nicht immer so wie auf facebook dass man erstmal freundschaftsanfragen machen muss keine ahnung ich meine ganz tik tok besteht zum großen teil aus irgendwelchen videos von leicht bekleideten menschen und anspielungen und ich weiß nicht was ja instagram natürlich auch teilweise und ja aber was soll man sagen also es gibt sicherlich irgendwo einen übergang zwischen ja ich gucke mir irgendwelche bunten bildchen an was man vielleicht in der zeitung auch machen würde zu ja ich habe eine gezielte intention auf darauf zu also auf der anderen seite wäre ich habe eine gezielte intention frauen zu folgen in der hoffnung dass wir uns schreiben dass sie mich anschreiben dass da mehr draus wird irgendwelche peppigen talks oder geschreibsel dass wir natürlich so das andere und wo er da jetzt genau ist aufgrund dieser schieren menge sag ich mal also du sagst dass dann sagst du noch erst sehr beliebt scheint erst mal so harmlos zu sein aber könnte auch bedeuten er sucht ganz viel aufmerksamkeit von anderen menschen so ne dann auch hält kontakt zu den ganzen ex freundinnen also in dieser in dieser massierung und wenn du noch dazu ein komisches auch gefühl hast für mich das auch sehr stören und wenn er halt sozusagen diesen eindruck erweckt sind zwar einerseits zusammen aber andererseits hast du mir hier kein sicheres gefühl dann habt ihr natürlich ein problem irgendwie und sollte man auf jeden fall im auge behalten wie sich das so entwickelt könnt ihr mal drunter schreiben wie ihr das so seht aber muss ja ganz ehrlich sagen mich das immer alles so lese wenn ich jetzt nicht in der beziehung wäre ich weiß nicht ob ich überhaupt den nerv hätte noch mal auf eine beziehung wirklich das ist ja alles so ein alles ein scheiß wirklich also ich weiß nicht aber ich hoffe dass da draußen noch eine welt gibt von leuten die mir nicht schreiben die solche probleme nicht haben irgendwie also es ist wirklich naja und kontakt zu ex freundinnen also vor allem so im plural finde ich nicht gut also wäre für mich schon in vielen fällen red flag wird es nicht sagen in jedem fall aber klar dass man vielleicht mal so ein ex freundin hat von aus der jugend zu der man auch irgendwie einfach guten draht hat okay aber wenn das so die mehrzahl ist und und also es wird halt so ein ist immer die frage gibt es hier so ein muster weil man kann das oft so an einzelnen sachen gar nicht so festmachen gibt es hier so ein muster von jemandem dem es einfach nicht reicht von einer person aufmerksamkeit zu kriegen und was jetzt erstmal nicht bewerten muss aber was man natürlich für sich persönlich bewerten kann ob man dann muss ich sowas immer reinziehen will wenn ihn eine ex freundin anschreibt anruft oder hilfe bittet wäre ich da gerne im bilder ja absolut korrekt also das ist ja was mindeste nicht mehr und nicht weniger ich denke eine partnerin kann das einfordern beziehungsweise sollte selbstverständlich sein ich nehme an dass aufgrund seiner erfahrung mit vorherigen ex freundinnen die damit ein thema hatte lässt dass bei mir lieber sein und möglichen konflikten aus dem wege zu gehen das ist destruktiv wie sollst du da ja geht es schöner geht das ist sein bedürfnis den konflikten aus dem wege zu gehen dein bedürfnis ist aber da im bilder zu sein und das ist absolut legitimes bedürfnis da würde ich nicht mehr durchgehen lassen also das ist wohl das mindeste sein 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 verhalten in social media vermittelt mir das gefühl dass er nach einer besseren alternative schaut und den blick auf andere frauen nicht verlieren will lasse ich mal so stehen schönes beziehungsgefühl bewerte ich ein solches verhalten bei einem mann über nee ich glaube du nimmst das schon korrekt war alles da ich selber mal wieder phasen habe in dem ich mit meinem selbstwert kämpfe das weiß ich obwohl ich meinen wert kenne du das hat mit dem wert gar nichts zu tun das würde wahrscheinlich mit jeder frau machen also ich glaube auch nicht dass es mit einem typ zu tun hat ich bin ziemlich sicher dass das mit absolut jeder frau machen wird und wenn es beyonce wäre oder wenn es weiß ich nicht keine ahnung wenn es gerade alles so gibt ja das wäre immer das gleiche hundertprozentig weil es geht glaube ich um diese aufmerksamkeit eine ständige aufmerksamkeit wird mich ziemlich abfacken sage ich ganz ehrlich aber ist trotzdem ein thema auf dass das ist das eine skala hat sage ich mal von schlimmer zum weniger schlimm ich weiß auch dass das torken in meinen schwächen momentan nichts bringt außer dass mich im nachgang beschäftigt die frage ist auch bei denen schreibt auch ne also das wäre natürlich absolut red flag wenn er den schreibt würde ich definitiv sagen vergiss es da seine kontakte in den sozialen medien allerdings offen zeigt das ist auch kein geheimnis also ich frage mich was es da zu sehen gibt das hört sich für mich so an dass dass sie sich schreiben dass also das geht natürlich gar nicht dass wir auf gar keinen fall zu lassen da würde ich wirklich die raker setzen weil ich wüsste jetzt nicht was man sich da zeigen kann nur weil du irgendwelchen leuten folgst auf instagram das kann man sich ja nicht angucken in dem sinne also was kriegst du da zu sehen macht er da freundschaftsanfragen oder ich weiß nicht was das wäre natürlich absolut darüber raus ich empfinde das als respektlos und loyal wenn du es so empfinde solltest du das auch nicht in frage stellen brauche ich eigentlich gar nichts zu zu sagen das ist ja deine beziehung wie siehst du das beziehungsweise bewertest du solches verhalten bei männern allgemein das thema beziehungen soziale medien ist so denke ich etwas was viele beschäftigt herzliche grüße aus der thailändischen wüste gut ja das beschäftigt bestimmt ganz viele menschen und diese möglichkeit mit menschen in kontakt zu sein ohne dass der partner mitkriegt ist natürlich ich meine die menschen war ein bisschen früher nicht besser aber die hatten weniger gelegenheiten auch ne und das ist natürlich heute ein problem wo man sich schon manchmal fragt kann man überhaupt noch von irgendjemand irgendein commitment erwarten das zieht sich ja quasi überall durch also ich finde es ja in ordnung wenn die welt irgendwie wenn es so in der gesellschaft und entwicklung gibt zu unverbindlichkei eine unverbindlichkeit finde ich eigentlich gut aber zu weiß ich nicht dass man sagt man will andere art verbindung haben oder so aber das hat alles mit offenheit und ehrlichkeit also richtung 5 tier das alles mit offenheit und ehrlichkeit zu tun äh und und nicht mit irgendeinem gemauscheln oder so ne das auf gar keinen fall und diese äh und unverbindlichkeit finde ich persönlich ganz schlimm und äh kann ich also kann ich persönlich immer weniger ertragen tolerieren wüsste ich auch nicht warum ich das sollte und also wenn das so einen unverbindlichen touch hat alles finde ich das nicht gut ne sag ich ganz ehrlich mhm aber das problem haben viele äh ich glaube da haben viele haben auch gar nicht mehr so ein äh störbewusstsein dazu oder irgendwie ein unrechtsbewusstsein was sie da machen also ich hab ja auch leute kennengelernt die sagen sie sind auf tinder nur aus lange weile sie haben durchaus eine beziehung und schreiben einfach wild irgendwelche männer frauen an einfach nur ja ich weiß nicht was mit dieser welt los sagt ihr es mir ich habe keine ahnung und ich habe auch den eindruck manchmal dass ältere männer da kommen manchmal so vor von meinen e-mails als wenn die da noch ähm unklarer werden manchmal als junge ich weiß es nicht oder sich noch mehr schwierigkeiten haben sich auf eine frau zu konzentrieren ich weiß es nicht ähm schwierig vielleicht ist er auch schon länger single und hat sich so dran gewöhnt äh weiß nicht so ist so sein tageswerk da weiß ich nicht auf social media rum zu hängen ähm ich weiß nicht also ich ich bewundere wirklich jeden der heute noch äh der ein bisschen älter ist äh so wie ihr und noch den mut bringt irgendwie in beziehung zu gehen also ganz ehrlich das ist echt ein irrsinn alles da draußen aber naja in diesem sinne freue mich über eure kommentare kommt zur lesung wir sehen uns bald wieder